Wunderbar, das gibt's nicht wieder mal. Vielleicht haben wir bei Dacken Urlaub mal gemacht. Möchtest du mal weniger Geld gibt, ne? Aber nee, das gibt nicht weniger Geld. Dadurch sind wir, die haben immer mehr. Hm, komisch, ne? Ja. Denkst du immer die gleiche? Was kommt denn so mit den Steuern? Was kommt denn so mit unserem Geld? So eine gewisse Geld. Dass es uns noch besser geht. Was hat der Indiana gesagt? Er ist mit der letzten Baum zu fällen. Der letzte Fisch und Ameln. Wird man merken, dass man Geld nicht essen kann. Hallo, das ist das Wettbewerbschaft gemacht. Nein. Wir klonen. Wir sind hier unter mich. Wir vertreten hier. Thank you. Oh, okay. Wir bauen uns extra Sklaven. Funktioniert doch. Gleich schreit doch. Und, 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 und. Halt für ein Abenteuer. Ganz gut. Ganz gut. Ganz gut. Ganz gut. Ganz gut. Das ist das, was wir tun. Ampel. Ganz gut. Geht jetzt.